In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, erzählt Lukas Gerner und Yvonne die Wahrheit. Obwohl er erst seit kurzer Zeit in der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, zu sehen ist, hat Lukas, Oliver Scherkus, bereits viel frischen Wind in Gerners, Wolfgang Baros, Leben gebracht. Wo sich der Anwalt zuerst zurückhaltend zeigte, baute er schnell eine tolle Beziehung zu seinem Pflegesohn auf. GZSZ, Gerner und Lukas, eine schöne Geschichte. Das gemeinsame Lernen für die Lateinarbeit, die Lukas schließlich mit Bravour meisterte, war der Anfang dieser Bindung, die Yvonne, Gieser-Zach, sehr positiv auffällt. Ich finde es toll, dass du dich so reinkießt, lobte sie ihren Mann bereits Mitte Dezember, als er sich den finanziellen Problemen von Lukas, Mutter annahm, die wegen ihrer Krankheit aktuell nicht als Steuerberaterin arbeiten kann. Du musst dir keine Sorgen machen, dass ihr eure Wohnung verliert, und du musst jetzt auch nichts sagen. Dass Gerner die Mitschüler, die ihn nach dem Unterricht gemobbt hatten, in ihre Schranken wies, ließ Lukas letztendlich Vertrauen in ihn fassen. Als sein Pflegevater ihm erzählte, wie traurig ihn der Verlust seines Sohns Dominik, Raul Richter, noch immer stimmt, kam es zu einer rührenden Szene, in der Lukas Gerner tröstete. Doch die gemeinsame Geschichte bleibt nicht unkompliziert. Achtung, Spoiler! Dieser Beitrag enthält Informationen zur GZSZ-Folge, die RTL, am Montag, 15. Januar, um 19.40 Uhr, im FreeTV zeigt. Beim Streamingdienst RTL Plus ist die Episode wie immer bereits eine Woche früher verfügbar. Sternchen Wie wir aus der aktuellen Vorschau wissen, erfahren Yvonne und Gerner erfahren, dass Lukas droht, eine Klasse wiederholen zu müssen. Sie machen ihm klar, dass er mit seinen Problemen nicht allein ist. Gemeinsam suchen nach einer Lösung. Doch Gerner hat seine sehr eigene Herangehensweise. GZSZ Olivia Maray und Patrick Heinrich Schwärmen von Oliver Scherkus Die Rolle des Lukas kommt übrigens nicht nur bei den Zuschauern gut an. Im offiziellen GZSZ-Podcast lobten Toni Darstellerin Olivia Maray und Patrick Heinrich, der Erik spielt, die Schauspielkunst Oliver Scherkus. Maray findet es toll, dass der Annäherungsprozess zwischen Gerner und Lukas nicht Stereotyp gezeigt wird. Dass man aus schwierigen Verhältnissen kommt, heißt nicht, dass man sich nicht benehmen könnte, erinnert sie. Deshalb finde ich diese Story so wichtig und so schön und von unserem Kollegen Oliver ganz toll umgesetzt. Ich bin ein riesiger Fan von ihm. Patrick Heinrich ist davon überzeugt, dass man bei GZSZ noch viel von Scherkus sehen wird. Er ist ein ganz toller Schauspieler. Ich bin einiger Fan von GZSZ-Podcast. Ich bin einiger Fan von GZSZ-Büro. Ich bin einiger Fan von GZSZ-Podcast.